Was sind die Lehrveranstaltungen, die curricular in den Studiengängen verankert sind? Wir sensibilisieren unsere Zielgruppen mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen. Zum einen in den Lehrveranstaltungen, die curricular in den Studiengängen verankert sind, bekommen sie aus verschiedenen Sichtweisen unternehmliches Denken und Handeln vermittelt. Wir sensibilisieren aber auch mit außercurricularen Veranstaltungen, das heißt mit Seminaren, Workshops, wo wir Unternehmensplanspiele durchführen, Seminare zu Themen wie Design Thinking, einen innovativen Ansatz, Ideen zu entwickeln. Wir laden aber auch bekannte Gründer und Gründerinnen zu uns ein, wie den Flixbus-Gründer, die dann erzählen aus ihrer Erfahrung, wie war das denn, so ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Ziel unserer Sensibilisierungsmaßnahmen ist es, die Zielgruppen dafür zu begeistern, ihr Interesse zu wecken für unternehmerisches Denken und Handeln. Es geht uns nicht primär darum, dass unsere Zielgruppen ein Unternehmen gründen, sondern auch darum, dass sie auch für etablierte Unternehmen unternehmerisch denken und handeln können. Auch diese Unternehmen brauchen Menschen, die neue Geschäftsmodelle entwickeln, Geschäftsmodelle anpassen und das setzt Menschen mit einem Entrepreneur-Spirit voraus. Nicht nur der Gründer braucht den oder die Gründerin, sondern eben auch etablierte, kleine, mittelständische und auch große Unternehmen. Dass man dazu bereit ist, Risiken einzugehen, neue, innovative Dinge auszuprobieren, bereit ist, klassische Wege zu verlassen, Geschäftsmodelle neu aufzustellen. Also nicht einfach, dass ich den 486. Dönerladen in einer Stadt eröffne, sondern dass ich mir überlege, was kann ich denn anders machen an diesem Geschäftsmodell, welche anderen Produkte kann ich anbieten oder Dienstleistungen, was kann ich einfach anders und besser machen als die bisherigen Lösungen. Ich muss diese Dinge auch erkennen. Wenn man an True Foods denkt, Deutscher Gründerpreis 2010, die in Schottland im Rahmen eines Auslandspraktikums erkannt haben, dass Smoothies ein gutes Produkt auch für Deutschland wären, genau das, dazu muss ich in der Lage sein, das zu erkennen und den Willen, die Freude und die Begeisterung, das auch umzusetzen. Vielen Dank.